Also, hey, kommt die Nahrung. Ich weiß, er kann es ja scheinbar nicht, die Nahrung, beziehungsweise ich gehe mal davon aus, dass der Vorhinein gesagt hat, okay, Nahrung. Weil sonst hätte er gesagt, ja, sonst hätte er... Hey, du hast da Xbox 360. Hast du das alte oder das neue Modell? Die weiße. Du hast das neue Modell. Das ist doch scheiße. Was er wollte haben? Ähm, hast du noch irgendwas für eine Alte? Das letzte Tag oder so? Gerade das letzte Tag, ich habe noch eine Xbox. Und warum hast du die Alte verkauft oder hast du eine neue Modell? Das ist ein Schneider. Das ist ganz schlecht, äh, Ralfi. Warte, jetzt ein Ding. Ähm, ja gut, dann kann ich mal zu dir kommen und kann mal erst probieren, ob, äh, ob mein, 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 mein Xbox 360 mit deinem Netzteil funktioniert. Ja, genau. Ach, du hast die Slim. Okay. Ja, du hast die Slim, okay. 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 Ja gut, dann hat er sich... Kennst du jemanden, der auch Alte hat? Bei mir ist er nicht mehr. Oh. Der Timo kommt gar nicht mehr, oder? Ja. Bei mir ist er nicht mehr. Bei mir ist er nicht mehr. Der Timo kommt gar nicht mehr. Ah, das ist schlecht. Ja, aber, äh, dann hat er sich schon wieder wenig. Wenn es jemanden weiß, der auch nicht hat, kannst du von denen mal ein Netzstück ausleihen. Ja. Na gut, dann hat er sich ja wenig. Okay, danke, Servus. Ok. Da steht rechts hinten. Da steht rechts hinten. Ja, vier Schuss, zweithalfer. Also, vier Schuss, zweithalfer. Das ist ein Schwundloch. Wo sind wir jetzt? Ich habe da jetzt gerade ganz andere Kranaten gehabt. Wie ist das in der Vergangenheit? Ich habe jetzt gerade zwei Schlubs gehabt. Der andere steht hinten unten. Nein, der steht unten noch nicht. Was soll ich denn scheiß? Hey, ich komme hier nach oben. Hey! Verdammt, der ist ohnehin hinter dir. Ohne ist hinter dir, ohne ist hinter dir, ohne ist hinter dir. Das geht aber bei mir rein. Okay. Das sind jetzt auch bei mir. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich bin so unnüster. Kommt der einfach? Ja. Ich bin so unnüster. Wo immer steht Wo immer steht Alles klar Aber das ist ja so schön Das hat man auch wieder Ah, ja, der ist, der ist jetzt gerade gespand Ja, der ist nicht kürzer Was ist der andere? Ich habe ihn nicht Oben ist er nicht gespand Und am, äh, äh Ja Und ein Plastikapand Ah, da steht jetzt beide oben Gehen wir ab die Geräte? Schrot Kann er wohl jetzt auch, oder? Wenn er schroten Kann er noch mal gekommen heißen? Was soll denn der Scheiße? Ich habe einen schroten, der auch nicht Ich scheiße ab dem zuerst, dann trifft ihn nicht Wichser Ich weiß, wo du wohnst, Alter Kommt dann Wuh Äh, wenn er über, über dem Stoff kommt Habe ich Kommt rein, kommt rein Kommt nach oben oder von unten Kommt rein, kommt drauf Kommt drauf, habe ich gesagt? Nein, kommt rein, kommt drauf Kommt rein, kommt drauf Ja, da ist ja noch einer. Ja, da ist ja noch einer. Ja, da ist ja noch einer. Der kann doch nicht nach uns eingeschmeißen. Super los. Ich bin schon leer. Ich bin abgestürzt. Echt jetzt? Ne. Du willst es nicht mehr machen. Schauen wir mal, wie die ganze ist auf mich. Wissen wir. Steht der Oma noch? Au, au. Große Turm. Aber an der anderen Seite ist ja noch einer. Das tut sich gar nichts. Kleider tut sich auch nichts. Bist du ausgebildet? Geh mal aus. Super schön. Ja. 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 Oh, der andere ist dahinter! Feilt! Boah, der ist sowas von einer Länge! Der ist noch mal oben, bitte, glaube ich. Nee, hinten! Passt das? Ja, du... Wow! Nein, wow! Waaah! Und da lässt er noch Schrotz haben, oder? Nein, aber nicht. Nein, passt doch! Du musst ihn noch nicht holen, oder hast du gerade noch nicht holen? Benji! Boah! So eine Scheiße! Splatter by Sansen da! Ich hab meine Granaten auf die Benji geworfen und dann hast du die Benji noch mal hochgekommen und die hab ich dann zusammengehauen! Nein, genau, komm zurück! Das ist eine Entscheidung! Du hast auch schon mal eine bessere Tochter! Wann der? Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaub, der wurde ausgeliefert. Ich will mir nicht ausgeliefert, Juli. Ist der jetzt da oben? Ja, aber der andere ist anders worden, als er liegt direkt in seinem Arsch! In your face! In your face! Hallo! Du wirst noch mal ein bisschen holen! Au! Ihr seid geil an mich! Die großen Turm unten! Hinten! Ist der da? Kommst du? Der kommt durch mich an! Der ist hinten! Hinten drinnen! Hinten drinnen! Auch! Hinten drinnen! Hinten drinnen! Hinten drinnen! Ja, ich bin drinnen! Wir haben hier einen Latscher gehört! Ja! Wann der Latscher? Ah, der ist ein kleiner Ton oben! So wird er spawnen wahrscheinlich, ja? Nein, das muss er sehr gut sein. Ich fahre mal schnell. Ja, ich hoffe, ich kann das gerne, das ist gut. Komm vor unten. Ja, nicht hier. Oh, das ist gut. Das ist noch nicht. Oh, da ist ihm, stopp. Ich habe es gar nicht mehr, oder was? Ich habe gar nicht mehr gesehen. Ich habe es gar nicht mehr gesehen. Nein, nein. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Da ist der. Voll den Arsch gefickt, ey. Und da ist der. Und da ist er. Und da ist er. Und da ist er. Arsch runter. Ich habe das nicht erwischt und dann habe ich ihn getötet. Was macht's denn? Ja, das ist doch der. Da ist er, erst oben. Oh, ist er denn fast dauernd? Jetzt ist es offen. Ja, das soll ich sehen. Und nicht hinter mich abbeulen! Das ist dein für mich. Der steht noch. Boah, das ist ein bisschen. Soll ich mich wieder auf den zwei? Boah! Schau mal! Ich war nicht dringend. Was ist das? Nein, nein, nein. Halt Felix, sind du anerwischt? Ja. Doch. You killed. You were killed. Ja, geh nach Hause oder runter? Was war das denn? Der steht direkt zur Seite. Warte, er lacht. Kommt jetzt an. Was hat der Punkt an? Hahahaha. Du sitzt mit dem Latscher. Hupft einfach vorbei. Wieso? 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 Was war denn jetzt schon wieder? Einer ist oben! Einer ist oben nach oben! Einer ist oben nach oben! Der hat doch so einen Weg! Das gibt's doch gar nicht! Ah, ich bin der Ausleger! Hättet ihr nicht? Äh, Benji doch! Äh, Schloch noch! Schloch noch! Schloch noch ist jetzt gerade noch eine! Nein, los! Oh, bin jetzt der Stuck! Könnte ich sagen! Schon! Schon! Koppel ist nix! Ich hab ihn eigentlich auch nicht gesehen! Glaubst! Ich komm flach! Glaubst doch! Ja, ich will ja nicht für sie auch bauen! Oh, ja! Also, jetzt fast! Pass! Schlimmer rum, Affe! Ah, ja! Pass! Oh, einer kommt in die Mitte! Äh, hinter die, hinter die! Ich bin schwer! Schlimmer! Voll nix! Super schön! Super schön! Super schön! Super schön! Super schön! Ja! So, ich bin wieder oben hier! Ha! Da ist der Super-Schuh jetzt auch nix gebracht! Nein, ganz einfach! Ach geil! Weil ihr ja immer Affe kommt! Ich weiß, was man gemerkt! Die Gruppe! Ja! Wir wollen jetzt weiter! Ja! Ja! Na! Ja! Na! Einmal Affe, die ganze Zeit zu fieden! So! Eins, drei, drei, gehst du weg! Wer war bist du? Das ist ja müde. Das ist ja müde. So mal. Oh, schlottel. Bo! Fuck! Bo! Entferien, das ist ja müde. Es ist ja müde. Es ist ja müde. Tyskne, das ist ja müde. Es ist ja müde. Es ist ja müde. Er ist hinterlegt. Der hat da nichts mehr. Ja. Nein, nein, glaube ich nicht. Warum steht der in der Power? Was ist hinterlegt? Dann raus weiter. Was ist denn? Auch. Was ist denn das? Dann bewegt sich das Ding zum einen Achteil. Was ist denn? Was mache ich? Zwei Mal mit der Schraut! Ja, das ist mein Fernschuss. Ja, aber da sind sie jetzt ein bisschen was an. Oder sollten sie es jetzt ein bisschen was anklären. Soll ich noch mal wieder zu nehmen. Oben. Drei. Was? Ah ja. Dort drin. Schlupper. Oben drin. Oben drin, oben drin. Ich weiß nicht. Was ist denn da oben? Da ist keiner von oben da. Anderer hat einmal so viel gehabt. Was ist denn da oben? Was ist denn da oben? Das ist einfach oben. Der andere hat auch noch nicht einmal so viel gehabt. Nein? und wie hätt ich es gesagt passt das? ja und liegt da oben ja, ganz oben ja das ist ein Seilberg, kleiner Turm, äh, großer Turm wo die Mitte? weil du jetzt bist roti alles also da kann ich bestimmt geraden aber wo die Mitte? komm da rein komm da rein komm da rein ja, das ist schon roti was? dann schmeiße und in dem Moment explodiert da, jetzt hast du Granaten von mir gerettet jetzt bist du hier flug warte ja warte 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 jetzt los ja auch nicht direkt von mir da du willst jetzt noch Snacker legen ja, das tun wir das nehmen wir halt komm doch mal oh, schön Egre hast du den mehr erwischt? ja ja, die sind sehr ausgieblich b da er ist der Einzige für mich das ist ein Schluck, oder das wäre ja noch Mais ja, wir wollen ja noch Mais auf Midget nein, wir wollen ja noch Mais doch oh, nein, das ist hart, ne? jetzt machen wir mal 5 Minuten Pause wir sind auch noch wollen wir mal Pausenspielen ich bin der Spiel, die Krokodil das ist der Krokodil du bist der Krokodil oh nein komm in den Krokodil komm in den Krokodil bitte komm in den Krokodil da immer vom Zaunhof da ein Gebiss sanieren lassen und jetzt hab ich Zaunschmerzen sanieren also, wenn ich sanieren muss dann anders das ist auch gut gleich mit sanieren, ja das ist auch nicht wenn es zum Beispiel überrascht, aber dünn gehen muss es aber der kommt auch schneller bei den Maschinen ja das ist wichtig aber ich hoffe mal, dass du dich nicht für meinen Penis interessierst weil das wär auch nicht komisch da hat er schon das wird immer wieder interessant dann spiel da einen Daim um das ist auch immer jetzt hab alles zu drauf irgendwann ist alles wieder das ist ja jetzt fast ein Fernseher gelöst wow der hält aber was aus direkt im Fernseher nicht das ist schon ein Fernseher das ist ja mega gerett das ist ja das ist ja das ist ja was machst du mit dem? den stell ich dann den häng ich dann da vorne hin damit sie sich gegenseitig vergabst den? oder kriegt den dann der Ron? wahrscheinlich der Ron aber der kann eigentlich nutzen werden zwei Fernseher einen in seinem Schlafzimmer und einen in seinem Wohnzimmer der würde dann vor seinem Fernseher im Wohnzimmer wieder nicht einmal drin machen das ist gut, weil es noch mal nicht gespitzt wird was wolltest du für den? für eine Beamer? für eine Beamer? ich kenne schon eine Mutter oder so einen Honi? aber ich geh wahrscheinlich für so noch warten weil wenn ich mir jetzt einen neuen Beamer gehabt dann müsste ich mir eine 60 kaufen du hast eine 63 Mann was? dann müsste ich mir eine eine Xbox 360 kaufen du wirst ja dann auch noch nie Beamer kaufen oder was? natürlich was kostet der jetzt? 700? der würde jetzt glaube ich so 900 bis 1000 kosten das ist ja keine Rolle du wirst es ja so sind es die Studierenden